Das ist Nina. Sie wird nächsten Monat 18, geht zur Schule und möchte gern ihren Führerschein machen. Und das ist Björn, Ninas Freund. Genau wie Nina möchte auch er seinen Führerschein machen, und zwar den Zweiradführerschein und den Führerschein Klasse B. Da Nina viel für die Schule lernen muss, hat sie leider oft den Kopf voll. Wie soll sie da nur zum theoretischen Unterricht gehen und für die theoretische Prüfung lernen? Björn kann zwar zum theoretischen Unterricht gehen, arbeitet aber viel und möchte die Prüfungsfragen immer wieder wiederholen können, um sie sich zu merken. Kein Problem für den Fahrlehrer Andreas Rupp und sein Team aus pädagogisch ausgebildeten Fahrlehrern. Denn in der Fahrschule Rupp können sich Nina, Björn und alle anderen Anwärter auf die Prüfung zu den Führerschein Klassen A, B, BF17, BE, B96 und B Automatik sowie allen Zweiradklassen und die Mofa-Prüfbescheinigung vorbereiten. Björn nimmt regelmäßig am theoretischen Unterricht teil, der jeweils viermal pro Woche an unterschiedlichen Tagen in den zwei Fahrschulen von Andreas Rupp stattfindet. Nina entscheidet sich für einen kompakten Ferienkurs, in dem der gesamte Inhalt des Theorieunterrichts durchgenommen wird. Auf diese Weise kann sie sich voll und ganz auf die Theorieprüfung konzentrieren, ohne auch noch zusätzlich für die Schule lernen zu müssen. Um das erworbene Wissen zu festigen, laden sich Nina und Björn auch die eigens für Fahrschulen entwickelte Führerschein-App für Android, iOS, Windows und Amazon herunter. Diese enthält sämtliche prüfungsrelevanten Multiple-Choice-Fragen. Dabei sind die Tests aufbauend, können aber beliebig oft wiederholt werden. Auf diese Weise können Nina und Björn ihr Wissen überprüfen und sich so bestens auf die Theorieprüfung vorbereiten. Als B-Führerschein-Anwärterin wird Nina in einem Auto der Marke BMW an ihre praktische Prüfung herangeführt. Auch hierzu hat die Fahrschule Rupp eine praktische Video-App. Björn lernt den Umgang mit dem Motorrad auf einer Suzuki. Der einfühlsame Fahrlehrer macht Nina mit allen Besonderheiten der Fahrzeuge vertraut und lotst sie sicher und souverän durch den Straßenverkehr. Und das macht sich bei der Prüfung bemerkbar, denn ganz ohne Angst besteht Nina nicht nur die theoretische, sondern auch ihre praktische Führerschein-Prüfung. Genauso wie Björn, denn auch er ist von seinem Fahrlehrer der Fahrschule Rupp bestens vorbereitet worden. Fahrschule Rupp – die beste Entscheidung fürs Leben Fahrschule Rupps Methode Rupp 175 000 uffle … 6 лан